Was geht ab Leute, euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch auf jeden Fall den neuen Job und Freunde, ich möchte noch etwas korrigieren, denn es geht hierbei um den neuen Rausschmeißer, den wir heute bekommen werden mit einem Update. Dort wird es noch am Ende des Videos wichtige Informationen geben. Also Freunde, schaut euch das Video hier bis zum Ende an. Dann Freunde, ist es wie immer so, liked auf jeden Fall dieses Video, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und Freunde, kommentiert dieses Video mit Hashtag FrapsArmy. Denn Freunde, ihr habt derzeit ein Gewinnspiel am Start, dort könnt ihr bis zu 700 Euro an V-Bucks gewinnen und dafür müsst ihr einfach nichts weiteres tun, als diesem Video einen Daumen darzulassen. Ihr solltet abonniert das Kanal sein und solltet die Glocke aktiviert haben und Freunde, ihr müsst Hashtag FrapsArmy kommentieren. Das sind die Teilnahmebedingungen, weitere Informationen findest du unten in der Videobeschreibung. Gerne kannst du auch die Videobeschreibung öffnen und dort findest du günstige PSN-Karten. Die kannst du kaufen, die werden dir egal um welche Uhrzeit innerhalb von 3-4 Minuten geliefert. Beispielsweise zahlst du auch statt 50 Euro für eine PSN-Karte 45 Euro und statt 10 Euro für eine PSN-Karte zahlst du 9 Euro. Und ich meine, so eine 10 Euro V-Bucks-Karte kann man sich auf jeden Fall schon geben, denn im Shop kommen hauptsächlich nur Sachen, wo man einfach nur eine 10 Euro V-Bucks-Karte braucht. Aber Freunde, jetzt würde ich auch schon sagen, wir starten aber mal mit dem Video. Let's go! So Freunde, heute im Shop haben wir auf jeden Fall hier die Highland-Kriegerin bekommen. Die Highland-Kriegerin kostet auf jeden Fall 1500 V-Bucks und ich muss eigentlich ehrlich sagen, es ist gar nicht mal so ein schlechter Charakter. Ich persönlich bin eigentlich ein Fan von diesem Rucksack hier im Hintergrund und ich habe wirklich darauf gewartet, bis dieser Charakter jetzt hier endlich wieder in den Shop kommt. Ich muss ehrlich sein, so ein brutaler Fan vom Aussehen bin ich jetzt nicht. Der Skin ist ganz okay, kann man sich schon geben, aber Freunde, ich wollte jetzt unbedingt den Rucksack, denn den kann man halt sehr gut mit diversen anderen Outfits kombinieren. Deshalb werde ich mir dieses Outfit hier auf jeden Fall safe gönnen und wenn ihr das auch machen möchtet, schlagt auf jeden Fall zu, denn das Ganze ist nur noch für heute im Shop. Dann haben wir hier den Prisma-Gleiter für 800 V-Bucks, Freunde, in der Farbe Selten und ich finde den eigentlich ganz fresh, der sieht richtig cool aus, der wechselt die ganze Zeit die Farben und er sieht eigentlich richtig, richtig fresh aus. Aber immerhin muss jeder von euch selber entscheiden, ob er ihn kauft oder nicht. Nicht zu vergessen, Freunde, gibt es auch heute wieder in dem Shop den Peitschen-Heap, den könnt ihr euch safe kaufen, das ist auf jeden Fall ein Try-Hard-Skin, haben viele Try-Hard-Leute an und 800 V-Bucks für so einen Skin finde ich eigentlich ganz in Ordnung, vor allem die Frau hier, sieht halt mega, mega fresh aus. Ich finde die Haarfarbe mega geil mit diesem Ping, die Lernen-Übergang, sieht auf jeden Fall mega, mega fresh aus und wenn ihr möchtet, solltet ihr euch das auf jeden Fall hier gönnen. Dann, Freunde, haben wir als Tanz Shuffle bekommen und zwar Elektro-Shuffle. Also wir müssen ehrlich sein, 800 V-Bucks ist der Skin auf jeden Fall schon wert. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon, deshalb werde ich mir das Ganze hier nicht zulegen. Als nächstes sexy Emote, Freunde, haben wir hier die sexy Schräglage. Diese kostet, glaube ich, 500 V-Bucks und, Freunde, ich muss ehrlich sein, ist auf jeden Fall ein cooler Emote. Ich finde, der lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, denn damit kann man auf jeden Fall auch ein paar Trick-Shots machen und ich feiere das Ganze hier auf jeden Fall brutal. Als nächstes, Freunde, haben wir die Spitzhacke taktischer Spaten. Den habe ich mir damals aus Versehen gekauft. Ich muss aber ehrlich sein, Freunde, der ist gar nicht mal so schlecht. Für das, was er noch 500 V-Bucks kostet, kann man sich den auf jeden Fall gönnen. Dann, Freunde, haben wir hier in den vorgestellten Gegenständen, also im vorgestellten Gegenstand-Shop, haben wir hier einmal Nachtlicht, ist auf jeden Fall ein Skin für 800 V-Bucks und ich muss ehrlich sein, Freunde, ich würde euch safe empfehlen, falls ihr wirklich diese Skins kaufen möchtet, dann schlagt jetzt zu. Es könnte nämlich sein, dass es wirklich das allerletzte Mal im Shop ist, denn, Freunde, wie ihr ja sicherlich wisst, sind diese Outfits damals rausgekommen, als das eine mexikanische Event da war und das ist ja schon längst vorbei und ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass die Skins bald nie wieder in den Shop kommen werden und es steigt natürlich dann an der Seltenheit. Diesen Skin haben wir natürlich auch als männlichen Charakter und zwar Lightshow, Freunde. Ich habe mir beide von den Charaktern gegönnt, beide finde ich auf jeden Fall mega fresh, aber an eurer Stelle würde ich eher die Frau nehmen, denn ich finde, die Frau sieht auf jeden Fall geiler aus. Passend zu diesen Skins, Freunde, gibt es natürlich auch einen Gleiter und zwar Leuchtflug. Dieser kostet auch nur 500 V-Bucks. Mega, mega fresher Gleiter, finde ich. Leuchtet auch auf jeden Fall, wenn man damit durch die Gegend fliegt. Sieht auch übelst fresh aus und für 500 V-Bucks sollte man da auf jeden Fall zuschlagen. Natürlich gibt es auch eine Spitzhacke, Freunde. Die Spitzhacke feiere ich mega krass, denn die macht auch so richtig coole Geräusche, wenn man damit gegen die Wand schlägt und ihr müsst auch bedenken, das Ganze gab es auch im Rette-die-Welt-Modus und ich feiere auf jeden Fall die Spitzhacke und wenn ihr mögt, könnt ihr euch das auf jeden Fall auch gönnen, Freunde. Als letzten Gegenstand heute im Shop haben wir hier diese 10 Battle Pass Stufen. Feiere ich auf jeden Fall mega, Freunde, denn es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, weitendlich die, ja, ich sag mal Season Level zu erreichen, die man halt möchte. Ich finde für 900 V-Bucks 10 Battle Pass Sternen ist ein richtig gutes Angebot. Ihr müsst bedenken, Freunde, normalerweise würdet ihr da für 1500 V-Bucks ausgeben und so, Freunde, kriegt ihr 10 Battle Pass Stufen für 900 V-Bucks und könnt halt auf einen Schlag 10 Stufen freischalten. Das ist auf jeden Fall richtig geil und ihr solltet auf jeden Fall diese Chance hier nutzen, Freunde. Und ich sag schon mal jetzt, also der Glitch von damals, dass man diese Battle Pass Stufen wieder zurückgeben kann. Mit der Kaufreistattung geht nicht mehr, also, Freunde, probiert es überhaupt gar nicht. Und das ist auf jeden Fall der tägliche Gegenstandshop, beziehungsweise auch die vorgestellten Gegenstände. Diese Gegenstände sind jetzt bis zum 6.06.2018 im Shop, bis um 2 Uhr und dann werden wir auf jeden Fall, denke ich mal, die neuen Skins wiederbekommen, weil es gibt ja noch weitere Skins, die noch nicht rausgekommen sind. Deshalb, Freunde, solltet ihr auf jeden Fall aktiv bleiben und die Shop-Videos auschecken. Was ich aber nochmal kurz erwähnen wollte, Freunde, und zwar geht es hierbei um den Rausschmeißer. Der Rausschmeißer soll heute nicht durch ein Update rauskommen, sondern, Freunde, durch ein Content-Update. Ein Content-Update funktioniert so, dass das Ganze einfach ins Spiel gebracht wird. Es wird dann einfach freigeschalten und es kommt kein Update. Das heißt, so gut wie, Freunde, dass ihr morgen kein Update runterladen müsst. Und, Freunde, ihr müsst bedenken, dass ihr dann einfach nur euch einloggt. Um 14 Uhr soll das Ganze erscheinen, aller spätestens um 17 Uhr kommt das. Aber nähere Informationen findet ihr auf dem Discord-Server. Könnt ihr auf jeden Fall gerne mal draufkommen und das Ganze abchecken. Und wie gesagt, Freunde, checkt gerne mal die Links unten in der Videobeschreibung aus. Dort könnt ihr euch mega günstige V-Bucks kaufen. Die werden, egal um welche Uhrzeit, innerhalb von 3 bis 4 Minuten geliefert. Und ihr könnt da wirklich mit jeder Zahlungsart bezahlen. Sogar Paysafe-Karte, alles drum und dran. Freunde, finde ich auf jeden Fall richtig flexibel. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und das soll es aber auch schon mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Lasst mir gerne einen Daumen da. Vergisst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Macht beim Gewinnspiel mit und teilt dieses Video mit euren Freunden. Ich bin dann mal raus von der Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao. Euer Frips. Euer Frips. Euer Frips.